Oh, ich liebe es hier an der Brücke zu stehen. Das Wasser sieht immer so herrlich und erfrischend und cool aus. Und hey, willkommen zu einem neuen Video! Freut mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Vergiss auf jeden Fall nicht schon mal ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen und auf die Glocke zu drücken. Und wenn auch du in den Kommentaren eingeblendet werden möchtest, dann schreib einfach ein Liebeskommentar, genau wie diese hier, und dann kann ich dich einblenden. Aber hey, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal, ich habe ja noch ein paar Diamanten, ich gehe erstmal was einkaufen und dann gehen wir Lix besuchen und gucken, ob er da ist. Boah, mein Auto steht da, Leute, es ist so cool. So, mal schauen, was es hier so gibt. La, 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 was kann man denn hier so kaufen? Hm, ich habe ja letztes Mal fast alles leer gekauft. Ich frage mich echt, wann so die nächste Lieferung kommt. Ich glaube, ich hole mir dieses Steak, ich habe echt Hunger. So, was macht das? Ein Diamanten, okay, hier, bitteschön. Oh, schönen Tag noch, tschüss. So, das essen wir mal auf. Lecker Steak, ich liebe Steak. So, mal sehen, ob Lix zu Hause ist. Lix! Einen Moment, ich komme sofort. Nö, 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 nö. Oh, hallo, Icky. Lix, hallo. Na, Icky, alles gut bei dir? Ja, wie geht's dir? Oh, gut, schön, dass du jetzt hier bist. Oh, schön, dich zu sehen, Lix. Aber wie kommst du, dass du hier bist? Hm, ich wollte dich besuchen und fragen, ob du spielen kannst. Na klar, immer doch. Ich liebe spielen mit dir. Natürlich. Okay, ähm, was wollen wir denn machen? Hm, ich weiß nicht. Wir könnten ein Autorennen machen, schwimmen gehen, verstecken spielen. Was hältst du davon, wenn wir schwimmen? Oh, das klingt super, aber ich muss nochmal ganz, ganz schnell oben auf Toilette, weil ich muss, jetzt wo du gerade schwimmen gesagt hast und mich an Wasser erinnern hast, muss ich ganz dringend mal kurz Pipi machen gehen, okay? Okay, wenn ich weg bin, dann bin ich schon losgegangen. Okay, bis gleich. Hm. Soll ich schon mal losgehen oder auf Lix warten? Ah, ich hab noch Hunger, Leute. Oh, ich leg am besten das Steak mal hier hin, damit Lix das irgendwann essen kann. Oh, ne, hier ist schon voll. Hier ist auch schon voll. Huh? Splash Posen of Invisibility? Unsichtbarkeitstrank? Oh. Ich leg das mal hier rein und... Was ist denn das? Was hat denn Lix hier? Oh, was ist das denn? Hä? Hä? Leute, ich bin unsichtbar. Oh, oh. Was soll ich tun? Lix? Oh, Moment mal. Mir fällt da was ein. Ich könnte ja... Lix trollen! Ja, Leute, lasst uns Lix trollen! Hehehe. Soll ich mal hochgehen oder warten, bis er runterkommt? Ich geh mal kurz hoch und schau, was er so macht. Ist er hier irgendwo? Ich mach kacki auf, du... Hä? Warum ist der Wasserhahn an? Geh wieder aus, hä? Hihi. Was war das? Geh wieder aus! Wasserhahn, hör auf! Ich dachte schon, er wäre kaputt oder sowas. So, erst mal kurz abwischen. So. Hihi. Oh Gott, was passiert hier? Was ist mit der Tür los? Warum geht die immer auf und zu? Oh mein Gott! Oh mein Gott, sind hier Geister? Hallo? Hihi. Oh, hier sind Geister! Icky, Hilfe! Hier sind Geister, Hilfe! Icky, Icky, wo bist du? Ich muss schnell meine Pistole nehmen. Meine Patron, meine Patron. Komm raus, Geist! Hihi. Geist, halt dich fern von mir! Hör auf, auf die Klingel zu drücken! Leg dich nicht mit mir an! Hier ist kein Geist. Und wie hier ein Geist ist, ich höre dich doch! Hör auf! Wo bist du? Hör auf, das auf und zu zu machen! Lix, komm ins Schwimmbad! Icky, wo bist du? Ich laufe zum Schwimmbad! Komm, du auch! Hihi. Ich werde ihn jetzt reinlegen, Leute. Warum ist die Tür hier aufgegangen? Das ist aber mega eigenartig. Hm, naja. Ist nicht mein Problem. Ist ja auch nicht mein Laden. Icky, wo bist du? Im Schwimmbad! Im Schwimmbad? In der Umkleide! Äh, okay. Ähm. Einmal Eintritt, bitte. Vielen Dank. In der Umkleide? Aber die sind beide zu. Oh mein Gott, hier ist gar keiner, Icky. Icky, wo bist du? Icky? Icky ist gar nicht hier. Ich zieh mich gerade um. Hä? Aber die Umkleiden waren doch gerade leer. Wer ist denn da drin? Ich bin drin, Elix. Irgendwie trau ich dem Braten nicht. Oh! Was war das? Du bist hier gar nicht drin. Wo bist du, Icky? Ich dusche. Ah, dusche? Du bist hier gar nicht, Icky. Wo bist du? Wie kann das sein, dass ich... Oh mein Gott, was passiert hier? Du bist ein Geist, Icky. Oh Gott, ich habe Angst, Leute. Ich habe richtig Angst vor Geistern. Lix, ich bin kein Geist. Ich bin Icky. Hä? Aber wie... Warum ist Icky unsichtbar? Du bist ein Geist. Bleib fern von mir. Nein, nein, Waffe runter. Ich bin's doch nur. Hä? Ich bin's, Icky. Aber wo? Im Himmel. Hä? Nein, ich will nicht, dass du tot bist. Äcky, Batsch, reingelegt. Hä? Ich bin im Boden. Hä? Da bist du ja. Ich bin wieder sichtbar. Oh! Lix, ich habe dich reingelegt. Ich habe mich getrollt. Hast du die ganze Zeit die Türen und alles aufgemacht? Ja, das war mega, mega lustig. Oh, du bist so ein Limmel. Oh ja, dafür einen Daumen nach oben, Freunde, wenn ihr das lustig fandet. Lix, was machen wir jetzt? Äh, das ist eine gute Frage. Also, jetzt sind wir ja total unnötig ins Schwimmbad gegangen. Tut mir leid, dass ich dich getrollt habe. Ich habe gar nicht bezahlt, weil ich ja unsichtbar war. Hehehe. Und ich habe sogar noch bezahlen müssen. Warum merken wir uns das nicht? Dann gehen wir immer unsichtbar hier rein. Nein, nein, ich gehe jetzt bezahlen. Das macht man ja nicht. So. Das ist aber ziemlich ehrlich von dir. So, hier nochmal mein Geld. Entschuldigung. Hehehe, ich wollte nur Lix trollen. So. Wollen wir mal ganz kurz schwimmen gehen? Ja, können wir machen, aber dann müssen wir uns erstmal umziehen. Okay. Und... So, da bin ich auch umgezogen. Und mal sehen, ob Lix schon fertig ist. So, einen Moment. Fast fertig. Noch eine Schleife reinmachen und hallo. Hey, Lix, komm. Lass uns schnell duschen gehen. Ja, okay. So, noch schnell hier rein. Ich dusche warm. Oh. Oh, ich auch diesmal. Ich liebe duschen. Jetzt ist aber mal gut. Oh, es war schön. Ins kalte Wasser. So, was willst du jetzt erstes machen? Oh, ich will nicht ins kalte Wasser. Ich will mich hier hinsetzen. Okay, wenn du meinst. Oh, cool, oder? Wir saßen noch nie hier. Nee, ne? Wir saßen echt noch nie hier. Hm, ist echt gemütlich hier. Leute, wenn... Hehehe, du tanzt jetzt. Ich wollte mich gerade von unseren Freunden verabschieden. Ja, dann macht das. Ich tanze währenddessen. Leute, wir finden es echt super, super toll, dass ihr immer Daumen hoch gebt und immer sowas kommentiert und so lieb seid. Ihr seid echt unsere Freunde. Wir haben euch echt lieb, Leute. Vielen, vielen Dank. Und das war es auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen und auf die Glocke drücken. Schaut auf jeden Fall bei Lix vorbei, denn ich habe ihn getrollt und bei ihm gibt es auch ganz coole Videos und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020